Wir freuen uns als Energie- und Umweltagentur Niederösterreich, dass wir diese Auszeichnung durchführen dürfen, dass wir Gemeinden auszeichnen dürfen, die besonders engagiert im Bereich des Ausbaus der Photovoltaik sind. Wir sehen den Erfolg in ganz Niederösterreich und sind stolz auf unsere Gemeinden. Wir sind in Niederösterreich Gott sei Dank die Ökostrom-Lokomotive Österreichs. Ich sage ein herzliches Dankeschön an alle Bürger, Bürgerinnen von Niederösterreich, vor allem auch an den Bürgermeister und Bürgermeisterinnen. Ohne euch wären wir nicht so weit. So sind die Nummer eins in ganz Österreich. Danke für Ihr Engagement und bitte macht so weiter. Wir sind sozusagen erstens einmal stolz darauf, dass wir Sonnenmeister in Niederösterreich sind. Da haben viele mitgeholfen, denn 923 Anlagen erfordert sozusagen eine gewaltige Anstrengung, aber auch Bewusstseinsbildung. Wir sind auch Pionierstadt und eine von wenigen österreichischen Städten, die sozusagen hier in den nächsten Jahren sich besonders positionieren.